Ich kann auch knüppeln. Ich bin ein König der Knüppler. Moment. Oh, das ist ein Secret. Ja, dann ein Secret. Wahrscheinlich schön, oder? Wenn der... Uh, Mann, das ist immer ein Secret. Ach so. Uh, shiny. Äh, Moment, wir müssen uns, glaube ich, hier irgendwas merken, oder? Oder nicht? Dann müssen wir uns merken, in welche Richtung wir springen müssen. Welche davon starren sind und welche nicht. Können wir das nochmal machen? Ja. Okay. Blau, pink, blau. Grün. Ne, blau, pink, grün, blau. Immer einer von uns warten. Blau, pink, grün. Das ist leichter, als ich dachte. Blau. Ist leichter, als ich dachte. Du wirst eigentlich nicht fallen lassen. Halt. Nicht. Fallen. Passen. Ist leichter, als ich dachte. Bomb erwischt. Hatten wir da oben jetzt aber noch was. Moment, ich komm gleich zurück. Ist mir da hoch oder da runter? Ich bin tot. Könnt ich mich mal hauen? Ne. Und dann mit mir hier. Oh, Schmetterangriff und so. Hau da mal ab. Du, wie findest du die Secrets? Da, weißt du warum? Weil hier nämlich der Hinweis kommt mit der Schmetter-Attackung. Ja, die du auf das Ding machen musst. Achso, das wusste ich nicht. Hier, sonst komm ich nicht hoch. Und guck mal, wir können uns gegenseitig fest, hast du das gesehen? Mh. Wir können Händchen halten. Jo. Ich meine, die nicht hauen, oder? Huch, wo bin ich denn jetzt hingefallen? Da geht's noch hoch? Jo, hab ich auch gedacht, dass ich hier noch hoch geht. Du schnittst da, außer an die Wand, ne? Ah ja, an der Wand bin ich ja. Da bin ich ja rüber, rüber, bitte. Machst du dich los zu übern? Nur bische. Du kannst das auch nicht. Ich geb mir auch nicht wirklich Mühe. Ich dich kann. Ich wünsch dir nur sechs die Schrede. Oh, nee. Aua, ich bin tot. Oh, ne, ich nicht. Ich aber. Ah, nee, man, wir kommen wieder, deshalb. Nee, ich... Ich hab die Hände nicht gekriegt. Du musst die Hände... Oder ich hab die Hände nicht gekriegt. Ich hab die Hände nicht gerne. Jawohl. Hast du gut gemacht. Die Boys. Die Boys? Das kannst du gar nicht richtig sorge. Ob sie den Boys oder nicht. Okay. Hier wieder hochgehalten. Du hast es geschafft. Gut. Gefunden. Guck mal. Ich hab das gesehen. Ich hab auch ein Secret gefunden. Mami, lobe mich. Yay. Damit unser Nova-Kindchen auch weiß, dass sie es gut gemacht hat. Das Papi was gut gemacht hat. Oh, oh. Wir müssen springen müssen. Springen müssen. Springen müssen. Ich komm nicht mehr hoch. Oh, damn it. Kommst du noch ran? Komm schon. Nein. Aber man kommt doch wieder hoch. Man kommt wieder hoch? Ja, wenn du zurück springen würdest. So. So geklärt. Äh. Aushaken. Hier ist doch auch was dahinter irgendwo. Da. Funden. Yay. Ich kann verrücken. Unter Wasser schwimmen. Drei fehlen noch. Da ist noch eine Münze. Ja. Das ist aber gar nicht so einfach, glaube ich. Oh, mit springen kannst du übrigens unter Wasser schneller schwimmen. Das gehört? Was? Mit springen, mit A kannst du unter Wasser schneller schwimmen. Okay. Da oben. Jo. Boah. Verfehlt. Achso, ein zeitlich denn, oder was? Ich denke, nö. Ich wollte hier so einen machen. Den da. Genau. So einen Schmetterschlag da drauf. Nice. Bies. Ich bin doch ein Juter. Yeah. Ich muss dir eigentlich in Reihenfolge einsammeln. Da kriegst du Bonuspunkt. Ääääh. Ääh. Ich glaube, hochkommen wir hier nicht mehr. So viele Dinger brauchen wir aber auch nicht. Die sind Punkte. Aua! Komm schon, wie du auf mich draufgefallen mit voller Wucht. Machst du dich nicht sympathisch. Weil du gestorben bist. Ach so. Oh. Mensch, noch mal bitte. Wie auf der dicke Bauch gehauen? So, das glaube ich nicht. Meinst du, da hinten ist noch was hinten dran? Weil ich nicht, ich habe jetzt mein Herzchen verloren. Warum? Und weil du zu weit fort bist. Du bist ja gesprungen, bevor ich überhaupt da hinkonnte. Warum verlierst du dein Herzchen? Weil ich K.O. gehe in dem Moment. Okay, wir müssen uns besser koordinieren. I see the problem. Ich wollte nur hier... Ich mach mal das Ding hier oben direkt, ja? Ja. Oh. Du bist uns gefressen worden in der Zeit. Schön. Ist jetzt auch das hier passiert? Nee, das wäre einfach, wenn du aus dem Bildschirm unten rausgehst. Nee, 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 nee. Was ist denn wieder? So, lass zusammenspringen. Drei, zwei, eins. Hops. Hops. Aber. Moment, was ist denn jetzt passiert? Was hat mich gepatscht? Du hast es geschafft. Komm mich mal. Komm mal auf mal den Beuchler. Hops. Hops. Aber. Moment, was ist denn jetzt passiert? Was hat mich gepatscht? Du hast es geschafft. Komm mich mal. Hau mal auf mal den Beuchler. Das wäre schon nice. Was ist das für ein Viech da oben? Weiß ich nicht. Ein U. Lass das, glaube ich, sein. Mit großen Augen. So witzig aus. Sind noch was? Ne. Ich gehe rein. Party. Party, party. Haben wir Gold geschafft? War es ja gerade schon zu sehen, dass wir Gold geschafft haben? Ne, ich glaube nicht. Die haben wir alle gekriegt. Aber der war ein Goldkelch. Scheiße. Juhu. Das wäre ja awesome. Das wäre das Glücksding. Was auch immer das sonst bringt. Wir haben Gold. Wir haben alles gekriegt. Wir haben Übergold. Ich finde die Musik gut. Du Gernite. Und ich muss für kleine Jungs. Überlegst du jetzt, ja?